Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu TypeScript. Heute wollen wir uns mit Default-Exports auseinandersetzen und im Endeffekt ist ein Default-Export bloß eine kleine Erleichterung für euch sozusagen als Programmierer, denn man muss natürlich hier immer angeben, welches Modul man hier speziell importieren möchte. Ich kann jetzt hier nicht einfach hinschreiben, ich hätte gern ASDF, wenn es dieses Modul nicht gibt, aus Hund. Achtung, ich habe hier auch keine geschweiften Klammern drumherum. Sagen wir jetzt hier einfach mal ASDF dazu und hier natürlich auch. So, und jetzt habe ich natürlich hier das Problem, ich kann natürlich hier nicht einfach hergehen und sagen, ich will ASDF importieren, wenn es kein Modul ASDF gibt, aber man kann bei Modulen oder generell immer eigentlich einen sogenannten Default-Export festlegen. Und der Default-Export ist dann einfach, wenn man keine geschweiften Klammern hier drumherum macht, also das heißt, wenn ich hier jetzt nicht geschweifte Klammern drumherum mache, dann wird, also wenn ich das mache, dann wird das Modul ASDF in Hund gesucht, also in Hund.TypeScript. Wenn ich keine geschweiften Klammern drumherum mache, dann wird hier der Default-Export aus dem Modul Hund als ASDF hier importiert. Das heißt, ich suche nach dem Default-Export und der wird so genannt, wie hier definiert und dann als dieser hier weiterverwendet. So, und das ist einfach nur ein Schlüsselwort im Endeffekt mehr. Export-Default-Class-Hund und schon sind wir eigentlich durch hier. Jetzt haben wir hier auch den Default-Export. Jetzt ist das ganze Ding hier auch endlich ein Modul und ich kann das ganze laufen lassen. Typescript Hund erstmal kompilieren, dann Typescript Main kompilieren und anschließend ausführen. So, und ihr seht, als ASDF importiert, obwohl das ganze Ding eigentlich Hund heißt, aber dadurch, dass ich keine geschweiften Klammern hier drumherum gemacht habe, wird das Ganze einfach als Default-Export genommen. Das heißt, es nimmt den Default-Export aus Hund, was hier die Klasse Hund ist und importiert den mit dem Namen, der hier angegeben ist. Wenn ich jetzt hier geschweifte Klammern drumherum mache, dann wie gesagt, sucht es nach der Klasse oder nach dem, was auch immer ich hier exportiert habe, mit dem Namen ASDF, was es natürlich nicht finden wird. Das ist zum Beispiel sehr sinnvoll. Überlegt mal, wie jQuery das Ganze gemacht hat und zwar, wenn wir hier, im Endeffekt war es bei denen tatsächlich so, die haben sich eine Variable definiert, declare let $ und zwar als jQuery heißt die Funktion bei denen, glaube ich. Und dann haben sie einfach $ als Default exportiert. Das ist eine Funktion, Achtung, keine Klasse, das ist einfach nur eine Funktion und $ wird dann einfach der Name der Funktion. Und ja, jetzt hat man hier einfach gesagt Export-Default-Dollar und das wird jetzt natürlich bei mir nicht funktionieren, weil ich erstens jQuery nicht habe und zweitens darf ich nur ein Default-Export haben, aber so war das tatsächlich. Das bedeutet natürlich, hier hat man jetzt Dollar überall zur Verfügung. Wenn man hier einfach nur importiere Dollar von jQuery, dann hat man hier einfach die Möglichkeit, über ein einziges Zeichen die jQuery-Funktion hier zu benutzen. Und ja, das ist im Endeffekt alles. Also im Endeffekt nur eine sehr, sehr kurze Schreibweise dafür und eigentlich nur sehr angenehm für den Entwickler. Ihr kennt, glaube ich, alle das Dollar, also das ist schon sehr weit verbreitet. Und natürlich kann ich das hier nicht nur auf Funktionen oder Klassen anwenden, sondern auch auf ganz normale Variablen. Sprich, ich kann einfach eine Konstante festlegen und die dann als Default exportieren. Im Endeffekt ist ja Dollar hier eine Variable von mir aus auch, die dann als Default exportiert wurde. Ja, und so funktioniert das tatsächlich. Ist auch sehr, sehr cool und kann man auch durchaus mal verwenden. Wenn man zum Beispiel jetzt hier Hund als Default exportiert, dann wäre das sehr sinnvoll. Denn hier in diesem Modul Hund geht es ja tatsächlich nur um den Hund hier. Und der wird dann eben hier als Default wieder importiert. Das heißt, man spart sich einfach ein bisschen was. Okay, aber vergesst nicht, dass man trotzdem noch andere Imports haben kann und die dann mit geschweiften Klammern hier eben darstellen muss, welchen Namen die Dinger haben. Okay, das war es schon wieder von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat es erstmal gefallen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr mir das natürlich jederzeit sagen. Und wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.